Eric Kandel ist einer der bedeutendsten Neurowissenschaftler des 20. Jahrhunderts. 1929 in Wien geboren, emigrierte er im Alter von neun Jahren mit seiner jüdischen Familie in die USA. Seit 1974 ist er Professor an der Columbia University in New York und beschäftigt sich vor allem mit den biologischen Grundlagen des Gedächtnisses. Im Jahr 2000 erhielt er den Nobelpreis für Medizin. Für das Zeitalter der Erkenntnis kehrt der begeisterte Kunstsammler in die Stadt seiner Kindheit zurück. Ich habe verschiedene Gründe für meine Faszination mit Wien 1900. Erstens ist es eine wunderbare Zeit. Das moderne Bild, das wir haben von der Welt, überhaupt das moderne Bild, das wir haben, über das menschliche Gewusstsein, kommt von dieser Periode. Im Alter von 85 Jahren wurde Eric Kandel gefragt, wie lange er eigentlich noch forschen wolle. Er antwortete, so lange bis ich weiß, was in meinem Gehirn passiert, wenn ich die Mona Lisa anschaue. Und genau darum geht es in das Zeitalter der Erkenntnis. Was passiert im Gehirn bei der Betrachtung eines Kunstwerks? Welche Emotionen, Empathien und Erinnerungen werden ausgelöst? Um diese Fragen zu ergründen, begibt sich Kandel in das Wien der Jahrhundertwende. und lässt den intensiven Austausch zwischen Freud, Schnitzler, Klimt, Schiele und anderen wieder auferstehen. Mit »Das Zeitalter der Erkenntnis« zeigt Eric Kandel, wie die Hirnforschung und die Geisteswissenschaften ihren Fokus auf gemeinsame Herausforderungen richten und den Dialog fortsetzen, der als Erforschung des Unbewussten in Wien um 1900 seinen Anfang nahm.